ja moin und guten tag hier bei dieser spieltagsanalyse ja deutsche nationalmannschaft und am gestrigen abend gegen japan was soll ich dazu sagen man könnte auch sagen man stellt da einfach pappaufsteller hin das hat die gleiche wirkung also erwartet habe ich es ich habe es tatsächlich erwartet und dass wir abkacken aber wirklich abkacken ich war nur über die höhe noch nicht ganz einig mit immer und nee also was da abgeht das ist seit zehn jahren weiß ich nicht irgendwie haben die das nicht mehr ganz auf die kette gekriegt also 2014 der wm sieg war noch schön das war noch cool da hat man auch gesehen dass das eine mannschaft war aber was wir jetzt haben ist ist mit scherbenhaufen noch sehr wohlwollend beschrieben und ich frage mich ernsthaft was dieser fußballverband dfb überhaupt noch ist es soll ja ein fußballverband sein der eine ganze nation widerspiegelt aber tut mir leid aber wenn ich das sehe was ich da sehe dann lacht ganz europa über uns da lacht selbst der da hat selbst ein brasilianer heute heutzutage keine angst mehr vor uns weil es kommt nichts von uns wo jemand angst haben könnte ja und es gibt leider mehr schluffis in dieser mannschaft als leute die arbeiten wollen oder die die unsere unsere nation vertreten wollen weil mehr als ein vertretung unseres fußballs ist es nicht und wenn wir gegen eine mannschaft wie japan 4 1 verlieren dann ist das nicht ein produkt von vor paar wochen wo es mal nicht lief sondern das ist wie gesagt schon fast zehn jahre wo das nicht funktioniert und da muss ich nicht auf die mannschaft gucken gut hansi flick musste jetzt urlaub werden das hat wahrscheinlich rudy völler entschieden als geschäftsführer oder als leitende chef ja mag sein dass das eine folge ist aber ich würde mal eher sagen dass hansi flick selbst daran keine schuld hat er hat es nicht geschafft das umzudrehen das ist richtig aber wo soll das auch schaffen in meinen augen was haben wir denn heute für leute da sitzen oder darum laufen mit arbeitsmoral ist da nicht viel angesagt und bei dem wort laufen und arbeiten ja 90 prozent der mannschaft geschlafen und die restlichen zehn prozent sind nicht zum unterricht angekommen ja tut mir leid aber das ist heute diese desolate dfb 11 die ich in der em 2024 nicht sehen möchte da können wir gleich aufhören da können wir auch gerade sagen okay als gastgeber sind wir zwar da aber wir spielen nicht weil diese peinlichkeit vor ganz europa brauchen wir uns dann auch nicht geben und mehr ist es nicht peinlichkeit ist auch noch zu nett nicht vorhanden sein dieses nicht vorhanden sein einer mannschaft die eigentlich fit sein müsste für eine europameisterschaft im eigenen land und das sind sie nicht das sind sie nicht das werden sie auch in acht monaten nicht sein wenn es dann in die vorbereitung zur em geht wenn es dann wirklich im märz dann in richtung em geht dann sind die genauso wenig bereit wie jetzt ja in zwei jahren flick hat diese mannschaft noch weniger geschafft als in den fast zehn jahren jogi löw jogi löw hat es ja wenigstens geschafft eine wm zu gewinnen was haben wir für wm und da seit 2014 erlebt 2018 sind wir ausgeschieden im viertelfinale glaube ich im vier jahre später 22 letztes jahr letztes jahr haben wir noch nicht mal die gruppenphase überlebt toll dafür sind wir in der em genauso kacke 2000 ja em ich weiß nicht in welcher wm wir mal weiter als das halbfinale achtelfinale gekommen sind weiß ich nicht und so menschen wie zum beispiel ein thomas müller auf die bank zu setzen ist mutig ein miroslav klose der ja bei uns 2014 denn mit in der wm mannschaft war dass der irgendwann aufhört oder zumindest nicht mehr aktiv am fußball teilnimmt als spieler kann man in seinem alter irgendwann auch nachvollziehen und sollte man auch nachvollziehen aber auch so jemand wie matz hummels ein also matz hummels ist ja gar nicht mehr dabei ein rüdiger was hat rüdiger gestern abend da gemacht kriegt den ball nicht erlaufen und krätscht und krätscht ins leere der japaner läuft völlig frei auf terstegen hätten wir den torwart terstegen nicht dann hätten wir da auch locker mit 89 stehen können statt nur mit 4 also das ist so mal kurz in sieben minuten 30 mal kurz die zusammenfassung von dem gestrigen spiel weil außer desolat unterirdig und beschämend fremdschämend ist noch nett gesagt man läuft eigentlich weg diese mannschaft man müsste normalerweise diese mannschaft komplett nach hause schicken in meinen augen es ist bis auf den torwart terstegen ist wirklich niemand in dieser mannschaft zu irgendeiner leistung besser als sechs in der schulnot ja terstegen kann für die tore nichts weil wenn seine abwehr beschissen ist kann er auch nichts retten also die die erhalten konnte hat er super gehalten den rest kann er einfach nicht halten fertig da ist schon im mittelfeld beschissen gelaufen da ist es auch in der abwehr nicht da gewesen also im torwart kannst du nicht die schuld an einer 1 zu 4 niederlage ankreiden weil der torwart hat in den wenigsten fällen irgendwas dafür zu tun er badet höchstwahrscheinlich das aus was seine abwehr nicht kriegen kriegt und das sind halt eben vier tore die japaner haben es gezeigt wie man spielen kann wir deutschen können seit zehn jahren nicht mehr irgendwie habe ich das déjà vu erlebnis das hatte ich bei 96 auch schon mal aber das ist auch ein anderes thema na gut das war eine kleine kurzzusammenfassung in zehn minuten ich danke euch fürs zusehen wünsche euch noch eine angenehme zeit und wie gesagt wir hören uns dann bei der spieltags zusammenfassung nächstes wochenende nach dem heimspiel gegen osnabrück von 96 wieder und so weit war es das dann alles klar angenehme zeit und bis dahin auf wiedersehen ja